Monika Renner, Sie waren fast vier Jahre die Klassenlehrerin von Sheval Inal. Die Familie wurde letzten Mittwoch abgeschoben. Wie integriert waren Sheval und ihr Bruder, beziehungsweise die Eltern? Also Sheval Inal ist zu uns gekommen als sehr fröhliches Mädchen. Sie ist sehr aufgeweckt, sehr aufgeschlossen, hat sofort Anschluss gefunden und hat sich auch sehr gut integriert, hat sehr schnell Deutsch gelernt und mit ihrer Art ist sie einfach sofort aufgenommen worden und auch ihre Eltern haben sich von Anfang an bemüht, an Veranstaltungen der Schule teilzunehmen, zu Klassenfesten zu kommen und haben auch sonst regen Kontakt mit der Schule gesucht. Es gibt ja auch noch einen Bruder und auch dort lief es ähnlich. Sowohl Sie als auch der Elternverein sowie Freunde und Bekannte sind derzeit sehr engagiert, der Familie zu helfen. Was haben Sie in nächster Zeit geplant? Also es sind sehr, sehr viele momentan beteiligt. Es wird zum einen die rechtliche Seite geprüft. Das geht bis zum Anwalt der Familie, der auch daran arbeitet. Die Eltern hier in Götze sind sehr, sehr engagiert. Der Elternverein ist im Boot. Es wird zum Wochenende vielleicht eine Aktion geben. Man überlegt auch, wie man der Familie vor Ort in der Türkei helfen kann. Konkret, das weiß ich jetzt noch nicht, weil das in den Händen der Eltern liegt, aber es ist sehr vieles am Laufen. In Facebook wurde auch eine Gruppe gegründet von der Frau Veit und dieser Beitrag wurde jetzt zig Male geteilt. Wie sind die Reaktionen auf diesen Beitrag? Ja, also diesen Beitrag habe ich geschrieben, um mir den Kummer von der Seele zu schreiben. Ich bin sehr erstaunt und sehr überrascht über diese Wellen, die es hier schlägt. Die Reaktionen sind fast durchwegs positiv. Die Hilfsbereitschaft hier ist enorm. Es gibt eigentlich keine negativen Nachrichten. Das einzige Posting, dass man die einen Flüchtlinge jetzt nimmt und die anderen wegschiebt, finde ich nicht so gut, denn es geht nicht darum, hier Flüchtlinge gegeneinander auszuspielen, sondern es geht darum, dieser Familie zu helfen. Und dadurch, dass Sie ja die ganze Zeit mittendrin waren und versucht haben, der Familie zu helfen, wie haben Sie das mit den Behörden aufgefasst? Ist da alles Ihrer Meinung nach korrekt abgelaufen? Auf jeden Fall. Die Behörden, die BH hat sich sehr kooperativ erwiesen und da ist der Familie immer wieder entgegengekommen, um zum Beispiel der Mutter wirklich das Deutsch lernen zu ermöglichen.